ARD Text im Auftrag von Funk Ich versuche langsam wieder zurückgreifen. Und so, was du heute mal steuern willst? Ja, aber ich mach auch mal. Nur mal kurz. Ihr habt ja gesehen, was das letzte Mal ist passiert, wo ihr mich reingekommen habt. Einmal habe ich mich reingekommen gehabt. Einmal sind wir in die Hippie-Zeit gelandet. Ich wollte einfach... Hey! Aber weißt du, wir haben jetzt ganz schön gesucht. Ich muss hier raus. Hey! 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 Harry! Was? Was? Es war nicht ich. Nein! Sie sind doch schon wieder im letzten Ort. Ja, was seid ihr? Was? Es ist kaputt. Es ist kaputt. Die Hitze die Maschine kaputt gemacht. Ja. Was machen wir jetzt? Das ist kaputt. Lenkstangen. Stabilisator. Ist kaputt. Es ist kaputt. Es ist ein problem. Es war schon erst kaputt. Das ist von hinten rein. Das Fahrstuhl-Geländerstangen-Hydraulikstabilisator ist kaputt. Haben Sie eine Ahnung, woher wir den hinbekommen? Positiv, Sie können Ausstattung. Ich kann euch helfen bringen. Euch dorthin. Das wäre super. Das wäre so cool. Lassen Sie mich mal. Also, wie viel da? Das ist gut. Das ist gut. Das würdest du euch klären. Ja, da gibt es sicher noch so einen Satz. Das ist super. Und langsam. So, packen wir es auf den Weg? Ja. Wuhu! 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 So, ich bin jetzt gerade auf dem Weg. Ich darf so ein Kultstückchen holen. Da muss ich... Geld haben für unsere... Ah, wie heisst das Teil, Roboter? Das ist ganz schön. Ok, ähm, gut, habt ihr jetzt Geld? Ja! Hat jemand noch Geld? Ja! Ja! Hier! Ich, 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 ich... Ah, ich... Ah, ich... Gern Sie! Sonst niemand mehr! Ja! Wow! Ja, ich... Ja, ich glaube, es soll lange! Also, ich muss mich nachschauen, ob sie da nicht... Zulassen. Ich muss schauen, ob sie das Teilchen finden. Okay. Ja, sonst ist es bei uns halt selber. Also... Die haben... Ah, natürlich. Die haben natürlich noch mal Rodeo-Reiten. Immer der Harden. Ich mache mich ganz... Also, ich gehe jetzt die Zeitmaschine reparieren. Ähm... Wir sehen uns jetzt das nächste Mal. Tschüss! Tschüss!